Jetzt ist die Frühzeit. Jetzt ist die Spielzeit. Die Mama hat gar nicht so richtig Lust. Nein, nein, ich will werfen ab. Das kennen Sie eben auch schon so, diese Abwehrbewegung. Die Arme hoch, ne? Wenn Sie sich mal so erschrecken, dann kann ich so, wenn Sie sich nicht einordnen können.